Neue Gemüsearten, ein neuer Blog und vieles mehr, das alles gleich, siehst du nach dem Intro. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem lang erwartenden, wiedersehenden Islands Video. Und das ist wie gesagt ein Update Video, das eigentliche Inselwerten Video vom Halloween Contest, das kommt noch keine Sorge, aber hier geht es jetzt um das neue Update in Islands. Und jetzt sagen wir, zuhören keine lange Zeit und gehen sofort hier zu unserer Knister-Ecke hin. Nämlich hier in der Ecke, äh, haben wir jetzt eine Küche eingerichtet im letzten Livestream, aber wir gehen natürlich erstmal hier zu unserer Workbench hin. Nämlich in der Workbench gibt es natürlich zwei neue Blöcke und diese zwei neuen Blöcke sind vollermaßen. Nämlich einmal der Pound Planter, der wird gecraftet aus 40 Steinen, 10 Gras und einen Water Bucket. Das ist das erste Item, das ein Bucket in seiner, ja, ähm, ja, Crafting-Rezept drin hat. Und dazu haben wir bei Workbenches, haben wir hier noch eine neue Workbench, die ist auch sehr, ja, sagen wir mal, billig, weil wir sehen ja schon, das ist ja so grau eingezeichnet hier. Weil, die kostet eh nur 50 Pinewood und 50 Holz und ist nämlich der Cutting Table. Und diese zwei Items sind die neuen Items, die wir jetzt hier so zubekommen haben. Plus natürlich noch, was ich gesagt habe, bisschen Gemüse am Start. Aber ich zeige euch mal hier, was eigentlich abgeht. Nämlich, Leute, es ist soweit, eigentlich hat Essen und Kochen einen Sinn in Islands. Davor war es immer so ein, naja, okay, brauchen wir nicht. Wo das Update rauskam, haben wir jetzt gedacht so, mhm, okay, naja, brauchen wir nicht. Aber, Leute, doch, wir brauchen uns eventuell. Nämlich jetzt sehen wir hier, hier hat sich vieles geändert. Auf den ersten Hinblick sieht jetzt nicht zu krass viel aus, aber das fällt auf jeden Fall auf, die Pizza. Die Pizza sieht wesentlich anders aus. Die sah vor komplett anders aus. Und wenn wir mal kurz hier unten scrollen, dann werden wir gleich sehen, hier sind auch ein paar neue Dinge zugekommen hier unten. Nämlich auch eine neue Pizza sogar, nämlich die Truffel Pizza. Kann ich gar nicht einklicken, weil ich das Level nicht mehr vorhabe, aber ihr seht, das ist ganz speziell. Und das ist neu und das ist krass. Und das habe ich echt gefeiert, wo ich es gesehen habe. Nämlich zum Beispiel, wo der Truffel Pizza steht, eat for 25% Logging Drop Yield. Ich schätze mal, das ist irgendwas, wenn man halt irgendwas droppt oder so. Dann zum Beispiel nehmen wir mal den Dragon Roll, der sich sehr cool anhört. Da brauchen wir eat for 25% Reward Luck in Combat. Das heißt, als Beispiel, Leute, mit diesem Dragon Roll, wie man das rein logischerweise konsumieren würde, könnten wir eine höhere Chance bekommen von 25% auf ein Mob Drop. Das heißt, wir könnten wesentlich einfacher von den Bossen die Steine bekommen, die wir brauchen fürs Underworld Portal. Ist das nicht krass, Leute? Eat for 25% Three-Fields Harvested. Das heißt, das ist das Gleiche. Also jedes Item hat, wie gesagt, seine eigene Sache. Und das ist auch in einer Philadelphia-Rolle, also in einer Philadelphia-Rolle, auch was mit Sushi zu tun. Wir sehen es ja schon, es dreht sich alles um Sushi. Es dreht sich ums Fisch, Sushi, das große Fressen. Und hier bekommen wir wesentlich mehr Anteil an der Ernte, wenn wir Bäume pflücken und das dabei davor noch konsumiert haben. Einer Meinung nach, glaube ich, was das Einfachste ist, was man nicht bekommen kann, ist auf jeden Fall als erstes die Tomatensuppe. 12% mehr Break Speed. Ich sag mal so, Break Speed, ob das noch mehr jemand braucht, ich bin fraglich. Aber wir haben es auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist halt schon immer was für die Beginner. Und dann haben wir hier unten schon Eat for 10% Crop Seed. Yield-Mutiple. Das heißt, wir bekommen eine wesentlich höhere Chance, wenn wir was anfarmen und abernten bei Hand. Deinerseits ist es die Roast Honeycurt. Die gibt uns Eat for 50% Chance für Mob Drop Coins on Beth. Also wie ich verstehe, das heißt, wenn man Mobs tötet, bekommt man 50% hat man das Glück. Also 50-50, ja und nein. Dass die halt Coins droppen. Wie genau das funktioniert, werde ich auf jeden Fall alles hier nochmal in einem separaten Video dann mal austesten. Hier steht da Eat for 20% Luck when Fishing. Ist auch sehr nice, wenn man halt diesen Seed haben will. Weil der Seed, den neuen Seed, den einen von den neuen Seeds, den kriegt man nur, wenn man fisht. Eat for 30% Reward of Luck when Mining. Ich schätze mal, das hat was zu tun mit mehr Diamanten bekommen oder so. Eat for 30% to catch two fish at once. Das ist auch sehr krass. Eat for 25% Mining Drop Yield. Wie gesagt, ob das hier was mit zu tun hat, ist fraglich. Wo war das nochmal hier, das Mining? Ich schätze mal, es geht schneller, Fragezeichen. Dann das Truck. Also es gibt sehr viel Truffel, muss ich sagen dazu. Das Truffel von den Schweinen wird auf jeden Fall hier noch sehr, 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 sehr intens. Eat for 10% Farming Drop Yield. Ja, nice, ne? Eat for 25% Logging Drop Yield. Eat for 25% Reward Lock in Combat. Und auch noch den letzten hier, aber by the way, diese Sushi-Rolle hat irgendwie nichts. Und dann die Stai-Nigiri, wie es nochmal ausspricht. Eat for 10% More Output when Crafting Food. Und das hört sich krass an. Also schnell bekommen wir mehr, wenn wir craften. Auch sehr interessant. Und das letzte, eat for 5% Coins when selling to merchants. Was auch sehr krass. Das heißt, wir bekommen 5% mehr Anteil, wenn wir Dinge verkaufen. Und das ist sehr krass. Das finde ich auf jeden Fall sehr krass. Ob das auch mit Vendings zu tun hat, wenn man an Leute was verkauft, ist fraglich. Aber ich schätze bei Merchants sind diese Leute hier gemeint. Da, bevor ich euch jetzt die neuen zwei Obstsachen oder wie man das Obst nennen kann. Ich weiß ja nicht. Oder Gemüse. Haben wir nämlich hier eine kleine Liste. Und diese Liste, Leute, die ist das ganz, ja, eigentlich uninteressante, wenn ich ehrlich bin. Nämlich ist das eigentlich nur eine Crash, also eine Liste, eine Merkliste von den ganzen Sachen, die man machen muss. Und ich muss sagen, ja, das ist cool. Und jetzt denkt sich sicherlich der eine oder andere, okay, Faust, aber für was brauchen wir das jetzt eigentlich überhaupt? Also, wer macht diese Missionen überhaupt und wen juckt das, dass wir halt das jetzt sehen können? Ich glaube so, mich interessiert es, wie gesagt, nicht großartig. Aber was interessant ist, ist hier, Santa ist hier in der Liste. Und das kann interessant werden, weil, das heißt, wir bekommen eventuell dieses Jahr wieder die Sachen von letztes Jahr. Also halt die, ähm, ja, Geschenke, schätze ich mal. Ich hoffe mal in einer anderen Form, in einer anderen Loot drin, weil das da schon auf jeden Fall was cool ist. Aber das hier sagt auch so zu jedem Fall, dass hier die Sachen, dass hier auf jeden Fall das Eis kommt zurück auf jeden Fall. Das, wenn wir eben wieder zu Weihnachten sehen, ja, Schnee, den gibt es ja immer noch. Also da gibt es ja kein Problem mit. Aber halt diese vier typischen Sachen, die wir machen mussten an Weihnachten, um diese extra Sachen freizuschalten. Wie gesagt, die kommen zurück. Geschenke werden auf jeden Fall 100% zurückkommen. Was genau für Geschenke? Die gleichen oder neue? Das ist noch eine Frage. Aber das werden wir auf jeden Fall dann Richtung Dezember dann sehen. Und jetzt, Leute, kommen wir zu den neuen Obst, Gemüse, whatever Sachen. Nämlich das neue Anbaubare. Und hier seht ihr schon, ich hab's hier schon auch diese neuen, ähm, Sachen aufgebaut. Nämlich diese, wie heißen die nochmal? Genau, die Pond Planter. Nämlich diese Pond Planter brauchen wir, um jetzt diese neuen Sachen hier anzubauen. Und ihr seht schon, ich hab hier ganz viel Reis angebaut. Den kann ich natürlich mit meiner Hake, wo ist sie gerade hier, erstmal kurz meine Hake holen. Die könnte ich jetzt einfach ganz hier mit abfarmen. Aber, Leute, ihr seht schon hinten, hier ist irgendwas Grünes, was ganz ekelhaft, schmuddeliges. Und, Leute, das ist Seegras. Wenn ich jetzt mal kurz mein Pumpkin-Boss da weggehen könnte, wäre nicht nice. So. Nämlich, wir haben jetzt Seegras im Spiel. Und ihr seht schon, so sieht Seegras aus. Ja, ist aber so nichts Spezielles. Und das ist Seeton-Seegras. Sehr dunkelgrün, würde ich mal sagen, ist das. Und wir können nur hier anpflanzen. Ihr seht schon, da hab ich sie angepflanzt. Und so sehen die halt aus. Dann haben wir nochmal Reis. Das sieht auch sehr nice aus. So sieht Reis aus. Können wir nicht rohfuttern, meine ich. Ähm, aber so sieht auf jeden Fall der Reissack aus. Sieht auch sehr interessant aus. Weiß hatten wir auch nicht so mal öfters in der Farbe. Oder gar nicht noch nie gehabt als Seed. Auf jeden Fall auch nice. Und wo jetzt diesen Reis, der richtig nice ist. Ha, was hier ein bisschen lustiger Witziger gerissen wurde hier. Ähm, und wo ihr Seegras bekommt, das zeige ich jetzt hier noch als letztes. Alles, was wir machen müssen, ist in die Lobby gehen. So, wir sind jetzt hier in der Lobby hier in Islands. Und wir sehen schon, by the way, das ist jetzt die neue, wirklich, also wirklich neue, komplette neue Insel. Also, ich fand, ehrlich gesagt, die Burg sehr toll. Schade, dass sie ein bisschen die, ja, weggeschmissen haben. Aber okay, das ist ja nicht die Sache des Videos. Nämlich, was ihr alles machen müsst, um an diesen Reis ranzukommen, ist von dem Maßen. Ihr müsst jetzt vom Spawn aus hier, weil hier die ganzen Ampli-Seas neu umgewandelt sind, vom Spawn aus rechts lang gehen. Und dann habt ihr hier den Kletos. Und Kletos hier hat dann zuletzt den Reis. Ein Säckchen Reis, kostet euch 3.300. Ist, meine ich, auch damit der neueste, teuerste Seed, den es gibt. Genau, das ist auch der neue teuerste Seed, den wir euch so kaufen könnt. Und hier in Islands, und natürlich bei Tom, könnt ihr natürlich auch wieder Reis verkaufen. Für 24, also anscheinend nicht so krass, wenn man ehrlich ist. Man hat auch kurz viel verkauft. Ich meine, ich mache das ja in Sekundentaktik ja schnell auf. Aber interessant, das Reis anscheinend, äh, ja, das ist, glaube ich, das ist nicht, nee, das ist nicht, das ist so viel wert wie eine Blueberry auf jeden Fall. Also nicht so viel wert, wie ich eigentlich gedacht habe. Und fürs Seegras, Leute, müsst ihr fischen. Das geht natürlich in jeder, äh, Area, wo es Fische gibt, so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert beim, beim, beim Underworld Portal, oder in der Underworld World. Ich glaube, ich schätze mal, da funktioniert es nicht in dieser Welt. Aber, wie gesagt, ihr könnt, ihr könnt einfach hier easy fischen gehen. Und mit ein bisschen Chance habt ihr Glück, hier, wenn ihr ein bisschen angelt, auf ein Seaweed Seed. Und dann möchte ich mal kurz noch zeigen, die restlichen NPCs, dass ihr genau wisst, wo die anderen NPCs jetzt sind. Hier ist der Florist, der hat immer noch seine Schubkarre oder seinen kleinen Blümchenladen. Auf jeden Fall, richtig cool. Wie gesagt, der kann mit hier jetzt hier genau links vom Portal. Da hinter von diesen tollen Hütten, wo ist es genau, hier irgendwo war das. Genau, hinter der Hütten, da ist das, wo ist der Eingang zu der Piratenwelt hier mit der Piratin Hannah. Dann, wenn wir gerade aus hier gehen, einmal kurz neben die Statue laufen, haben wir auf der rechten Seite den Blockmann, den John und da hinten den Baker. Und der Baker hat hier echt die dickste Bude bekommen, muss man sagen, ne. Das sieht aber auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Und wenn wir von dem Baker aus hier lang laufen, dann haben wir hier in der Ecke den Fischersmann. Ja, ich sag mal so, die neue Bude sieht auch cool aus. Und dann vom Fisherman aus hier geradeaus wieder lang haben wir hier einmal den Dom. Der hat auch jetzt eigentlich nur so Crids und das sah nicht so stand-alone aus. Und neben dem Tom haben wir hier unseren Ölbaron. Ich sag mal, neben Kletos haben wir auf jeden Fall hier in der Ecke ein bisschen komisch, dass der nicht hier ist. Haben wir hier ja den Mechaniker. Ja, wie gesagt, der gab mit hier ganz allein in der Ecke rum, ein bisschen komisch. Aber dafür haben wir dann hier hinten dann wieder unsere Talia. Mit, glaube ich, das ist die alte, also die ehemalige alte Farben ein bisschen neu gemacht sogar. Wie gesagt, Talia gab mit hier rum. Und genau daneben ist dann auch unser magischer Typ mit den Totems. Der Arius, der gab mit dann seine, ja, Totems dann hier. Und ich kann kurz mal zeigen, wo die ganzen Ohrsachen sind. Und wie gesagt, von hier aus, die da gerade auslaufen, dann haben wir nochmal hier die Ohrabteilungen. Wir sehen hier, hier spawnt Kohle und hier spawnt auch Stein. Ich meine, also entweder denke ich das nur, weil ich Islanders nicht mehr so lange gespielt habe, aber Kohle sieht anders aus irgendwie, das Gefühl. Hm. Und weiter hier hoch ist natürlich noch mehr Kohle, Stein und die ganzen Standard-Ohrs. Und hier ist eine Höhle, wollen wir auch mal sagen, hier ist eine Höhle. So, wenn wir aus der Höhle rausgehen, dann können wir hier zum ehemaligen Boss-Area-Fight gehen. Der ist, wie gesagt, hier oben gewesen. Hier ist, glaube ich, nichts Spezielles außer, na, nicht mehr Schnee, okay. Okay, also der Schneehaufen, der, den ich jetzt gesagt habe, letztes Mal, der ist, der ist auch noch relevant, der ist da hinten. Aber hier ist absolut gar nichts, außer diese kleine Mulde-Höhle, wie man es auch mal nehmen will. Und unter der Insel ist auch nichts. Hier ist auch noch ein Easter Egg, ich sehe gerade, wenn man hier vom Spawn aus lang geht, hier ganz links, hier ist eine coole Höhle. Gucken wir mal kurz, wo es hier lang geht. Vielleicht finden wir dann irgendwann ein Easter Egg hier. Auf jeden Fall hier ist nichts. Also, natürlich kann auch die Höhle schon längst existieren, aber ich habe sie jetzt gerade auch gefunden, deswegen einmal kurz zeigen. Okay, hier ist auch nichts, also hier ist ein namenloses Loch und da unten ist dann halt ein bisschen Terrain. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, die Map ist auf jeden Fall wesentlich wilder, muss ich sagen. Ah, hier ist das kleine Portal. Wesentlich wilder und wesentlich, ja, belebter, muss man sagen, dazu gegenüber der alten Karte. Aber ich fand die Burg eigentlich ganz toll. Das ist mir ein bisschen schade und traurig darüber, dass sie die rausgenommen haben, weil ich fand, die hätte eigentlich noch hier gut gepasst, wenn man so mal gucken würde. Also, die wäre eigentlich hier auch gut noch aufgehoben. By the way, hier, wie gesagt, noch der Schneehaufen. Und ja, wie gesagt, das war es schon, wie gesagt, alle neuen Positionen von der Insel. Wie gesagt, wenn ihr noch coole Easter Eggs kennt, schreibt es mal in die Kommentare, wie wir mal echt brenninteressieren. Und ich würde sagen, dann war es das Ausschauen, wie gesagt, mit diesem kleinen Update-Video. Natürlich kann ich auch andere Sachen hier diskutieren, zum Beispiel diese Bugside, dass wir aus irgendwelchen Gründen unsere Pads nicht mehr auswählen können hier. Und noch vieles weiteres mehr, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich unnötig. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr hier ehemaliger seid oder auch ehrenfrauen, dann lasst mal ein Abo auf diesem Kanal da. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos von Islands oder sonstiges auf meinem Kanal nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Leute. Und... Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.